Hallo ihr Queerlinge und willkommen zum Queerplay von Between Time Escape Room, ein Rätselspiel vom Entwickler und Publisher MC2 Games erschienen am 15. September 2021 auf Steam und ein Rätselspiel, das sehr positiv auf Steam bewertet wird. Um die 90% aller Rezensionen sind positiv. Dieses Spiel ist der Nachfolger des Spiels Tested on Humans Escape Room, das es bei mir bereits zu sehen gab, ebenfalls vom Entwickler und Publisher MC2 Games, der mir freundlicherweise auch einen Spiele-Key für dieses Spiel auf Steam zur Verfügung gestellt hat. Allerdings habe ich mich dazu entschlossen, das Spiel selbst zu kaufen, da ich mit meinen Einkäufen auf Steam gerne gute kleine Indie-Entwickler unterstütze und habe jetzt einen Steam-Key für dieses Spiel übrig und kann somit den Steam-Key von Between Time Escape Room verlosen. Und zwar an euch, liebe Queerlinge. Wer also dieses Spiel in seiner Steam-Bibliothek haben möchte, möge bitte einen Kommentar unter dieser Episode hier verfassen und darin schreiben, dass er gerne diesen Steam-Key hätte. Und dann werde ich in einer Woche, nämlich am 21. November 2021 um 18 Uhr mit Hilfe eines Würfels auslosen, wer von denjenigen, die das Spiel gerne haben möchten, dieses Spiel bekommt und dann regeln wir das in Steam. So viel zu dieser kleinen Key-Verlosung. Nun zurück zum anstehenden Let's Play-Projekt. Was erwartet euch? Wie üblich ein Queerplay eines Rätselspiels. Das heißt, ich gucke mir alle Rätsel an, werde versuchen, sie zu lösen. Wenn ich es nicht schaffe, also auf Internet-Lösungshilfen oder eure Tipps angewiesen bin, dann geht, wie in Rätselspiel-Let's Plays bei mir üblich, der Zähler der Schande um eins nach oben und ich werde natürlich versuchen, den Zähler der Schande tunlichst bei Null zu halten. Ich vermute, dass das Spiel nicht super lang ist. Ich denke, 10 bis 15 Episoden irgendwo da werden wir landen und wir schauen uns jetzt mal an, wie schwer es werden wird. Los geht's! Neues Spiel! Wer sind wir denn? Wir sind einer, der irgendwo einbricht. Keine Wachen, das kann auch eine Falle sein. Na gut. Da dreht sich was. Warning! Restricted Area. Keep out. Authorized Personal only. Time Flux Generator. No Fotos. Also, Warnung! Zugangsbeschränktes Gebiet. Wegbleiben. Nur autorisiertes Personal. Das ist ein Time Flux Generator. Also ein Zeit Flux Generator. Ja, hier. Zurück in die Zukunft lässt grüßen und keine Fotos. Aber ich glaube, das habt ihr auch alle so verstanden. Ah, hier ist ein Puzzle. Okay. Aha. Aha. Wie üblich erstmal Bestandsaufnahme. Wir haben hier, äh, Sachen. Hm. Oh. Oh je. Was geht schon los? Was ist denn das alles? Oh je. Ach, ach, du hattest es nicht. Oh, das ist aber viel. Oh. Was war? Ah. Neu im Tagebuch. AITMA Projekt Tagebuch. 0525. Start des AITMA Artificial Intelligence Time Machine Assistant Projects. Äh, äh, Projects. Genau. Also, äh, das Künstliche Intelligenz Zeitmaschinen Assistenz Projekt. Die erste Zeitreise in Tieren war, also an Tieren wahrscheinlich, oder mit Tieren, für Tiere, war erfolgreich. Wir fahren mit den Experimenten an Menschen fort und beginnen mit der Arbeit am System der künstlichen Intelligenz. Dann März 2027, dann April 29. Wir haben die fortschrittlichste künstliche Intelligenz der Welt mit Zugang zu einer globalen Datenbank und Deep Learning Algorithmen entwickelt. Mit dem Empathie-Modul wird sie ein fast menschliches Verhalten erreichen. Und 29, dann im Mai. Das erste Zeitreise-Experiment mit Menschen ist schiefgegangen. Sie sind noch nicht zurückgekehrt. Das Projekt ist vorübergehend zum Stillstand gekommen und die Anlagen stehen unter militärischer Überwachung. Zeitreisen folgen. Also links, Schicksal genannt, der wabenförmige Kringel führt zum Rundenkringel, führt zum Auge, unweigerlich. Und eine Schleife zurück gibt es nicht. Dann verschiedene Zeitlinien. In dem Moment, wo man von einem Punkt, also dem sechseckigen Symbol, rechts zurückspringt und dessen Kausalkette ändert, kommt man zu einem anderen Ergebnis in einer weiteren Zeitlinie. Und wenn man Pech hat, ist man in einer unendlichen Schleife gefangen. Weil egal was man tut, irgendwie nichts anderes passieren kann. Und als sehr großer Stargate-Fan sehe ich dieses blasse Hintergrundbild natürlich mit sehr großer Freude. Kopf mir bekannt vor. Okay, ja, das wird wohl also irgendwie wichtig sein. Jede Zeile und Spalte enthält drei leere, also drei schwarze und drei weiße Punkte und ist eindeutig. Mehr als zwei der gleichen Farben können nicht nebeneinander liegen. Oh ja, das sollte sich ja machen lassen, gell? Äh, warte, 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 nee, das will ich ja gar nicht. Hier. So, also, jede Reihe und Zeile hat drei, äh, ne? So, das heißt, wenn diese Spalte drei weiße hat, dann können ja hier noch drei schwarze sein. Ähm, damit haben wir hier drei schwarze in dieser Zeile, also müssen, müssen hier die drei weißen dazu. Damit haben wir hier wieder drei weiße, also weiß ich, dass ich es mit schwarz auffüllen muss. Damit sind hier unten wieder drei schwarze, also dann, boah, hallo! Hier drei weiße hinzutun. Dann haben wir noch irgendwo eine Dreierkombination, die ich jetzt noch nicht sehe. Vielleicht nicht. Ja, das muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr überlegen. Das war bisher super simpel. Äh, gucken wir mal zeitweise durch. Hier haben wir zwei weiße, ein schwarzes. Hier ist es voll. Zwei schwarze, ein weiß und dann wird es nicht besser. Spaltenweise zwei schwarze, ein weiß. Hier wissen wir auch noch nicht mehr. Hier auch nicht. Das haben wir und das haben wir nicht. Also, mehr als zwei der gleichen Farbe können nicht nebeneinander liegen. Das heißt, dass wir... Also, müsste ja hier was weißes liegen und da was schwarzes. Richtig? Richtig. So. Das wiederum bedeutet, dass wir hier dann zwei weiße haben. Das heißt, da oben muss es dann schwarz sein. So, dann muss hier auch was weißes liegen und damit muss da was schwarzes liegen. Und wir haben jetzt drei schwarze. Das heißt, da müssen weiße aufgefüllt werden. Und dann bleibt hier nur noch ein schwarzes übrig. So, jetzt wird es interessant, weil das hier ist irgendwie indifferent in den Spalten. Ne, ist nicht, weil hier kann nur ein weißes liegen. Wegen der beiden schwarzen neben dran. Das heißt, da oben muss jetzt ein schwarzes liegen. Wenn da ein schwarzes liegt, muss da ein weißes liegen. Und da muss ein schwarzes liegen. Was war ein Warm-Up-Rätsel? Das ist überhaupt kein Problem. So. Also, das erste Rätsel ist gelöst. Das Mühlensteine... Ne, Damensteinerätsel oder so ähnlich, wie auch immer man das nennen möchte. Jetzt hat sich hier irgendwas getan. Das scheint ein Hinweis zu sein für irgendwas. Da ist eine Kombination gefragt. Time-Travel-Materials-Data. Zeitreise-Materialien-Daten. Hier könnten wir vielleicht irgendeinen Code rausfinden. Hat das was damit zu tun? Vielleicht schon. Ich meine, wir haben drei gelbe und drei lila. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Es passt nicht ganz. Also, es gibt hier mehr Ziffern in dieser Matrix als hier Punkte, wenn ich das richtig sehe. Wir haben hier nämlich drei Zeilen und zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Spalten, wenn ich diese Punktmatrix mir anschaue. Das heißt, wenn ich hier nicht drei Zeilen, sondern sechs Zeilen habe, darf ich nur noch sechs Spalten haben. Zwei, vier, sechs. Ich habe aber sieben, acht, neun. Das scheint damit nichts zu tun zu haben. A. Da oben muss ich was eingeben. A. B. Da muss ich was eingeben. Okay, A und B. Lass mich raten, dass hier ist alles komplett egal, diese Türen. Oh, hier. Zeitflussgenerator. Oh ja, okay. Gut. Muss ich durch irgendwelche... Artifische Intelligenzgenerator? Das Projekt ist mehr advanced, als ich erwartet. Na, muss ich durch die Fenster irgendwie was angucken? Nee, ich glaube nicht. Ah, hier ist es auch. Da fehlt was. Gut. Wir müssen mit dem auskommen, was wir wissen und haben. Das ist wie üblich weniger, als ich gerne hätte. Letzter Check. Oben, Decke. Nix. Boden. Auch nicht. Also, was ist das da hinten? A, B. Hä? A, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann die hier hinlegen. Ich mache erstmal irgendwie was, um ein Bild zu schaffen, wie das überhaupt aussieht am Ende. Ziemlich durcheinander. Was ist der Hinweis? A, B. A, B. Also, wir haben ja hier einen Hinweis. Wofür ist denn der? Geht schon los. Da muss ich was eingeben. Das ist A, Periodensystem der Elemente. 1, 2, 3. Bei B steht gar nichts dran. Bei den Seiten ist auch nichts. Tja, wie geht es weiter? A und B steht da drauf. Da steht aber auch A und B dran. Das ist... Äh, Alter, noch was. Das sind die Dinger aus... Das sind die Dinger daher. 1, 2, 3, 4. Oben 2, unten 1. Wahrscheinlich muss ich jetzt gedanklich hier Fade, Multiple Timelines und Infinite Loop irgendwie übereinander schieben. Wenn das richtig ist, dann ist die Runde Spirale in der Mitte. Gell? Oder auch nicht? Das ist nicht klar. Ich baue mal das da nach. Also, äh, dieses... Diese Wabenspirale, runde Spirale und das Auge. Wabenspirale, runde Spirale und das Auge. So. Das ist Fade. Dann haben wir hier... Hinter dem Auge kommt die richtige Wabe und dazwischen, als Rückkopplung, ist dieses raute Ding. Hinter dem Auge kommt die richtige Wabe und das Rückkopplungsding ist das raute Ding. So, dann passt das auch wieder. Ähm... Über dem... Der Rundenspirale ist dieses... Zacken-Dings und... Dann bleibt nur noch eins übrig. Über der Rundenspirale ist das Zacken-Dings. Oh. Oh. Messing-Schlüssel. Aha. Ähm... Man kann nicht die Sachen anschauen, aber da ist jetzt nichts dran. So, wofür ist der Schlüssel? Wofür ist der Schlüssel? Ich brauche doch gar keinen Messing-Schlüssel. Habe ich was gefunden, was mir überhaupt nichts nutzt? Messing-Schlüssel. Ach doch, hier. Natürlich. Natürlich. Ähm... Da fehlt was. Hä? Okay, ich muss irgend so ein Ding finden. Damit ich hier weiterkomme. Ja. Ein Gehirn. Wäre schön, wenn du ein bisschen warm laufen würdest. Ich muss hier bestimmt, also ich muss da bestimmt irgendwas ablesen, weil ich ja hier irgendeine Buchstabenkombination eingeben muss. Und das spricht ja viel dafür, dass wir da ein Element da haben. Hier sowas halt. Eins, zwei, drei sagt mir gar nichts. Was soll das sein? Was ist das? Das naheliegendste ist ja, dass man erstmal die da in die jeweiligen Ecken packt. Sieht ja irgendwie schick aus. So, und dann packt man die halt so hin. Ja. War jetzt nicht schwer, wenn man drüber nachdenkt. Aber was sagt mir das denn? Also die blauen Punkte kann ich glaube ich ignorieren. Die blauen Punkte waren nur, wo man die Teile hinlegt. Und das minus das. Das mal das. Das plus das. Ja. Das hat jetzt noch damit was zu tun. Ich schaue mir nur die gelben Punkte an. Unten rechts. Mitte rechts. Unten links. Unten rechts. Unten links. Gelb. Es hat was mit A und B zu tun. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich stehe sowas von auf dem Schlauch. A und B. Eins, zwei, drei. Was? Wofür ist der von mir? Wofür ist der von mir? Wofür ist der von mir? Was? Wofür ist der von mir? Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. Okay, ich muss eine sechstellige Zahl angeben. Wir haben ja so ein Tastenfeld mit den Zahlen. Das sieht ja so aus wie diese Punktmatrizen. Da könnte man jetzt die Zahlen eingeben, so wie sie da stehen. Oder erst gelb und dann pink oder erst pink und dann gelb. Da haben wir drei Möglichkeiten, gell? Da schreibe ich mir mal gerade die Zahlen auf. Also hier oben. Ich mache auch einen Zettel, wie üblich. Wir haben da oben eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. So. Wenn ich jetzt mit dieser Information hier rangehe und sage, ich gebe den Code so ein, wie er die Punkte von links nach rechts sind, dann habe ich zuerst die sechs unten rechts, dann die drei, linke Spalte Mitte. Dann die vier, rechte Spalte Mitte. Dann oben links ist die eins. Dann unten links ist die fünf. Und dann oben rechts ist die zwei. Das ist Version eins. Wenn ich jetzt sage, ich mache erst die gelben und dann die pinken, dann hätte ich erst die sechs, dann die vier, dann die fünf und dann die drei, die eins und die zwei. Gell? Drei, eins, zwei. Das ist richtig. Und wenn ich es andersrum mache, ist es natürlich die drei, eins, zwei, sechs, vier, fünf. Diese drei Varianten sehe ich jetzt, wenn das was miteinander zu tun hat. Und ausprobieren. Also. Sechs, drei, vier. Eins, fünf, zwei. Das ist nicht. Sechs, vier, fünf. Drei, zwei. Okay, es hat nichts damit zu tun. Oder ich muss die auf eine noch andere Art auslesen, die Ziffern. Aber womit hat das was zu tun? Naja, es kann auch was damit zu tun haben, dass ich hier irgendwie den Schrank aufmache und darin dann erst ein Rätsel sehe, wo ich dann sofort weiß, ah, das ist der Hinweis darauf. Ha. Das hier hat ja angeblich nichts mit A und B zu tun. Das hat was mit A und B zu tun. Was muss ich denn hier überhaupt machen? Okay. Zwei, fünf, vier. Zwei, fünf, vier, sechs, zwei, ein und eins. Ich muss hier einen Pfad finden, oder was? Zwei, fünf, vier, sechs, zwei, ein und eins. Zwei, fünf, vier, sechs, zwei, ein und eins. Muss ich einen Pfad finden, oder was? Gibt es hier in dieser Matrix irgendeine, eine zusammenhängende Zahlenkette, zwei, fünf, vier, sechs, zwei, neun, eins. Und ich muss sie finden und dann entsprechend sagen, ob ich nach oben, unten, rechts oder links muss, um zur jeweiligen nächsten Ziffer zu kommen. Das wäre naheliegend. Also nehmen wir mal, wenn das hier die Eins wäre. Von der Zwei nach unten komme ich zur Fünf, von der Fünf nach rechts komme ich zur Vier. So, dann gibt es aber hier keine Sechs. Aber das wäre so die Idee. Zwei, fünf, vier, sechs sehe ich hier. Zwei, neun, eins. Das ginge. Wenn man hier diese Schleife tut, ginge das. Das heißt, von der Zwei müsste ich nach oben, zur Fünf. Von der Fünf müsste ich nach links, komme ich zur Vier. Da müsste ich dann nach unten, zur Sechs. Von der Sechs nach rechts, wieder zur Zwei. Da darf ja die gleiche Zwei sein. Von der Zwei weiter nach rechts, zur Neun. Und von der Neun weiter nach rechts, zur Eins. Und das ist richtig. So, was habe ich denn da jetzt gefunden? Gar nichts. Das habe ich hier ein neues erzählt. Das wird nicht besser. Aha. Das ist Z-R. Was steht da gerade? Moment. Kr. Na. Na. Natrium. Ja. Gallium. Keine Ahnung. Magnesium. Hm. Ah, jetzt. Ja, das ist ja logisch. Guckt mal hier. Pink, Orange. Das haben wir doch schon mal gesehen. Orange ist unten rechts, Mitte rechts, unten links. Unten rechts, Mitte rechts, unten links. T, M, U. Das andere ist, Mitte links, oben links, oben rechts. Mitte links, oben links, oben rechts. E, P, S, T, M, U. Oh, nicht. Schade, das ist gar nicht so logisch. Aber da vertue ich mich ja gerade. Oder muss ich jetzt wieder von links nach rechts? Oh, schwierig. Vielleicht muss ich es von links nach rechts jetzt wieder eingeben. Das würde bedeuten. Also, ich habe dann da, dann da. Ich muss das gerade mal aufmalen. Sonst kann ich mir das nicht merken. Da, da, dann dort, hier. Dann da. Dann dort. Dann da. Mit Orange beginnend. So, mit Orange beginnend. Also. Ich beginne mit Orange, unten links. Dann kommt Pink, links. Dann kommt Orange, rechts. Dann kommt Pink, oben links. Dann kommt Orange, unten links. Und Pink, oben rechts. Scheiße. Ist das wirklich falsch? Nochmal, sicherheitshalber. Zack. 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 Nee, also wenn ich es nicht falsch aufgeschrieben habe, dann ist es nicht die richtige Lösung. Ich habe es aber falsch aufgeschrieben. Ich war es spannend. Das muss da hin, das muss da hin. Das ist dann da, das ist dann da, das ist dann da, das ist dann da. Der erste war falsch. Der erste war wirklich falsch. Oh Mann. Konzentration. Nochmal. Gleiche Taktik. Wir fangen an mit Orange. Zack. 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 Ja. Das ist Tempus, natürlich. Logisch. Boom. voll die Klappe gegen das Kinn bekommen. Aha. Leer. Das ist nicht gut. Zwei, fünf, drei. Das war ja hier Schrank B, gell? B. Eins. Zwei. Drei. Das ist wieder zwei. Hä? Ah, jetzt verstehe ich das Rätsel auch. Okay, aber das habe ich noch nicht verstanden. Mache ich mit dem Rätsel weiter, was ich verstanden habe. Hier. Eins, zwei, drei. Das ist doch, ist das hier das Muster? Das ist das Muster hier. Ne? Die Anordnung der Döschen in diesem Ding ist das hier. Das heißt, eins, zwei, drei sind die Döschen, äh, nein, nicht diese, sondern die da. Eins ist Natrium. Merken? Schwierig. Grr. Kryptonit, keine Ahnung. Gallium. So. Natrium ist irgendwo da. Elf. So, dann Kryptonit. Ich weiß, das ist was anderes, aber. Ah, da, 36. Also elf, 36. Gallium. Äh, ga finden. Schwierig. Wo ist das? Das ist nicht da, es ist nicht da, es ist nicht da, es ist nicht da, 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 nicht da. Du bist irgendwo, irgendwo bist du da, bist du 31. Also elf, äh, elf, 36, 31. jawoll dank der nächste blaue fleck so aha das dachte ich mir doch fast aber was dachte ich mir fast ich dachte mir fast dass diese beiden schränke a und b jetzt irgendwie sich hier hin tun aber das haben auch noch nicht benutzt ach das kommt jetzt das muss man jetzt irgendwie dazu tun ich verstehe also eine kombination für a ist minus plus mal minus plus mal a minus 9 6 ist 3 das muss ich mir aufschreiben minus plus mal 9 6 ist 3 minus plus 3 plus augenscheinlich 5 genau ist 8 mal 2 mal 2 sind 4 das wäre a ist 3 8 4 d mal plus minus 6 2 mal 3 mal plus minus 1 plus 5 auch 6 mal plus minus das ist eine 7 minus 2 ist eine 5 6 6 5 meiner Ansicht nach also 3 8 4 3 8 4 und 6 6 5 und natürlich finden wir hier so eine karte weil wir haben ja nichts anderes wir gucken uns die aber gerne noch mal hier näher an und spektakulär das kommt dann da rein so was muss ich jetzt machen ich bin der ansicht dieses symbol gab es zu sehen in dem stadtbildschirm wo ich vor rum gequatscht habe da gab es das doch zu sehen aber ich habe es nicht mehr vor augen ich habe hier auch nicht wirklich ein ein hinweis wir haben ja auch alles abgearbeitet richtig gibt kein rätsel mehr was noch nicht gelöst haben hier bis auf das ich glaube ich kann hier ich fange mal mit dem buddhosten an und ich habe sechs verschiedene möglichkeiten und ich bin der ansicht in dem dann habe ich noch ein paar mehr aber das gehe mal so vor also das untere nehmen wir an das untere sei richtig dann hätten wir hier die 1 verbindung hätten wir eine 2 verbindung müsste dann so sein aber die 1 verbindung kann sein dann wäre hier eine 1 verbindung eine 2 verbindung aber das bringt alles nichts das passt nicht dann könnte ich hier auf die nächste 1 verbindung noch wechseln habe ich eine 1 die 3 2 ja ich nicht weiß welches richtig ist echt übel hier eine 3 ja passt nicht zwei einer passt nicht ein intuitiv kann 2 1 oder 2 2 ja oben haben oder gemischt 2 2 so wird die zu sagt zueinander passen die passen aber die passen das ist ja ätzend wenn ich so gar nicht weiß welches passt welches richtig ist also so die richtung muss es wohl sein bis auf die tatsache dass das da nicht passt ich gucke mir erstmal nur die drei hier unten an das ist die einzige variante die da passt richtig das passt nämlich schon wieder nicht 2 2 da passt nur 1 soll man das so machen hier die 2 ist da passt hier gar nichts kann also so nicht sein muss also wenn dann so sein da würde das gut passen das passt da auch aber es ist genau das was ich vorhin schon hatte 1 1 1 das passt nicht kann ich irgendwie an der anzahl hier das ableiten das passt nicht wenn das hier richtig ist das passt aber das passt dann nicht wenn ich da was mache was passt hier das dreieck dann passt hier wieder nicht dann müsste ich hier eine dreier haben einer ne also die 2 2 die hier schließe ich aus damit sind die anderen 2 2 natürlich auch aus dem spiel das heißt machen wir zwei einer wie es dann ist das passt haben wir hier das hier das passt gar nicht das passt so 1 da oben haben wir das oder das wenn wir das hätten passt das nicht bei einem dreier passt das nicht das auch nicht also der einer kann es nicht sein der andere einer der andersrum einer müssten wir hier erstmal eine dreier finden da passt da schon nicht also 1 1 scheint auch nicht zu passen 1 2 hier da 1 da 2 das passt schon mal das auch das nicht da müssten dann zwei dreier nebeneinander sein das haben wir hier nicht also müssen wir hier das da austauschen da müssen wir hier gucken 2 2 2 2 2 nebeneinander haben wir auch nicht das passt auch nicht das ist auch schon gestorben die lösung die lösung 2 1 muss es dann eigentlich sein wenn ich keinen fehler gemacht habe 2 dann ist hier ein 1er und da ein 1 müssen zwei 1er nebeneinander sein sind aber nicht muss man so machen 2er und 1er nebeneinander das kriegen wir glaube ich hin genau so 1 3 ne 1 1 1 es gibt aber hier auf dem kein 2 doch gibt es da genau das gibt es die 2 1er gibt es 3 müssen hier 2 3er nebeneinander sein 3er und 3er aber ich sehe hier 3 2 3 das passt nicht und hier müssen 2 2er nebeneinander sein das passt auch nicht 2 1 1 3 4 5 5 tja also ich glaube es ist eine ausprobieren orgel hier ich habe irgendwas fälschlicherweise ausgeschlossen und ich habe keine ahnung was deswegen jetzt hier besteunigung damit ihr seht was die richtige lösung ist weil ich glaube ich muss hier noch mal ganz in ruhe dinge ausprobieren und Musik Musik Ich glaube, ich habe es. Ich muss das noch richtig drehen. Oh! Endlich. Jetzt schauen wir uns, wie wir das Ding beginnen. Okay. Also es gibt einen kleinen Trick, der mir jetzt aufgegangen ist. Und zwar... Man kann etliche Kombinationen ausschließen. Folgendes. Wir gucken uns nur die Sechsecke an, die in den Ecken sind. Die Sechsecke in den Ecken haben die Angewohnheit, dass drei Seiten, hier unten sogar vier, ungültig sind. Also alle Sechsecke in der Ecke haben die Angewohnheit, dass vier Seiten ungültig sind, weil sie uns nichts zeigen. Und nur zwei Seiten, und zwar bei zwei benachbarten Seiten, relevant sind. Jetzt haben wir hier bei dem unteren Sechseck zwei, zwei und zwei. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, das untere Sechseck hier drin zu drehen und hier und da zwei Böppel zu haben. Nehme ich etwa den Zweieranschluss und den Zweieranschluss, wenn es so und so steht, oder den Zweieranschluss und den Zweieranschluss, wenn es so und so steht. Alles andere hier oben ist dann völlig identisch, weil es sind ja nur zwei und zwei. Wenn es aber zwei Möglichkeiten gibt, den unteren so einzustellen, dass alles oben dazu passt, dann gibt es ja keine eindeutige Lösung. Ja, weil ich ja zwei Anschlüsse habe und das auf zwei verschiedene Arten anordnen kann. Sodass ich mir gedacht habe, naja, dann können wahrscheinlich nicht die zwei Zweier oben stehen, weil dann habe ich keine eindeutige Lösung. Genauso mit den drei Einsern hier unten. Und es darf nicht so sein, dass zwei Einser hier nach oben zeigen, weil auch dann habe ich hier unten zwei Möglichkeiten, das mit dem unteren Stein hinzukriegen, nämlich diese beiden Einser oder diese beiden Einser nach oben zu drehen. Auch das wäre dann keine eindeutige Lösung, sodass ich gedacht habe, okay, demzufolge muss der untere Stein so angeordnet sein, dass entweder 1, 2 kommt oder 2, 1, die umgedrehte Variante. Dann hatte ich für den unteren Stein nur noch zwei Varianten. Dann ist mir aufgefallen, dass das hier oben für den Stein genauso gilt, weil der hat 1, 2, 3 mal drei Anschlüsse direkt nebeneinander. Sodass, wenn ich den hier oben anordne, es auch zwei Möglichkeiten gibt, dass er hier und hier, seine beiden Kontaktstellen, drei Kontakte hat. Nämlich die da und die da oder die da und die da, wenn ich es entsprechend drehe. Das wäre dann auch keine eindeutige Lösung. Also dachte ich mir auch, okay, der muss offenbar auch so gestellt sein, dass nicht die zwei Dreier da irgendwie eine Rolle spielen. Und bei dem hier hat das nicht geholfen, weil da niemals drei gleiche Anschlussanzahlen nebeneinander liegen. Nur dann hat man ja dieses Phänomen. Aber trotzdem konnte man hier unten vier von sechs Varianten ausschließen und hier oben immerhin zwei von sechs. Und das hat es dann ein bisschen einfacher gemacht. Ja, genau. Das wollte ich euch noch erzählen, weil ich stolz auf diesen Gedanken war. Jetzt haben wir hier die Tür aufgemacht und können weiter irgendwie zur Zeitmaschine. Wir kommen auch dann noch woanders hin. Das ist klar, wir bleiben nicht in diesem fürchterlich scheußlich grau-grün-weiß-grau-grün-roten Labortrakt. Wir werden noch in der Zeit zurückgeworfen werden irgendwo hin und da wird es dann lustig. Und wo es hingeht, wenn wir hier weiterlaufen, das sehen wir im nächsten Teil. Bis dahin!